Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Frontiers of Pandora mit Operbario von Holstron TV. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß und gute Unterhaltung. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei einem neuen Materialvideo. Wir befinden uns etwas südwestlich des Pilztal-Labors. Station würde ich das sagen, aber nee, ist ein Labor. Genau am dicken, fetten grünen Punkt. Ich kann nicht weiter ran. Nee, weiter ran komme ich nicht. Ich hoffe, es reicht von der Auflösung her, dass er die Stelle findet. Denn hier gibt es die hohlen Bäume für das Hohlbaumharz. Und hier haben wir es auch gefunden in ausgezeichneter Qualität. So, kommt noch der obligatorische Pflücktest. Huch, ne so mich. Pflücktest. So, ganz leicht bei Uhr. Dann habt ihr das Hohlbaumharz in ausgezeichneter Qualität natürlich, wenn er die liefert. So, ansonsten Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bleibt schön gesund.